Hallo liebe Fußballfreunde Kekeach Ja, 2023, 2024 Bundesliga Rang 1, Union Berlin Rang 2, Bayern München Rang 3, Bayern Leverkusen Rang 4, Wolfsburg Rang 5, Freiburg Rang 6, Borussia Dortmund Rang 7, Eintracht Frankfurt Rang 8, RB Leipzig Rang 9, VfB Schuttgart Rang 10, DSG Hoffenheim Rang 11, FC Augsburg Rang 12, Borussia Mönchengladbach Rang 13, Mainz 05 Rang 14, VfL Bochum Rang 15, SFC Köln Rang 16, RFC Heidenheim Rang 17, Darmstadt Rang 18, Werther Bremen 2. Bundesliga Rang 1, Hamburg SV Rang 2, Hansa Roskog Rang 3, Holstein Kiel Rang 4, RFC Magdeburg Rang 5, Fortuna Düsseldorf Rang 6, Karlsruhe Rang 7, Wiesbaden Rang 8, RC FC Nürnberg Rang 9, St. Pauli Rang 10, Thaiserslautern Rang 11, Hallofa 96 Rang 12, Kreuterfurt Rang 13, Baderborn Rang 14, Hertha WFC Rang 15, Schalke 04 Rang 16, Eintracht Braunschweig Rang 17, VfL Oserbrook Rang 18, SV Elversberg 3. Bundesliga Rang 1, Dinamo Dresden Rang 2, Unterhaching Rang 3, Erkseberger Aue Rang 4, SV Sandhausen Rang 5, Fikoria Köln Rang 6, 1860 München Rang 7, VfB Lubbock Rang 8, Jan Regensburg Rang 9, RC FC Saarbrocken Rang 10, Ulm Rang 11, Rot-Weiß Essen Rang 12, Borussia Dortmund 2 Rang 13, Ingolstadt Rang 14, Arminia Bielefeld Rang 15, Waldhof Mannheim Rang 16, Preußen Münster Rang 17, Halles FC Rang 16, VfL Rang 19, MSV Duisburg Rang 20, Freiburg 2 Rang 4, VfL Köln Erzähl Dich Mal Viel Spaß von diesem Video Lieber Fussballfreunde die